Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute stelle ich dir Blue, das nachhaltige Universalwaschmittel vor. Geliefert wird es in einer Kartonschachtel, welche in einem Biokunststoff eingepackt ist, welches aus Maisstärke besteht, welches sich innerhalb von 120 Tagen 100% kompostieren lässt. In einer Packung sind 60 Streifen, welche nach Alpenfrische duften. Eine Packung kostet 19 Franken 90, und wenn man 6 Packungen gleichzeitig kauft spart man 21%. Mit dem Code Plastikfrei sparst du dir zusätzlich 10% und unterstützt mich, dass ich weiterhin in Luzern am Siemüll sammeln kann. Das Waschmittel ist für alle Materialien geeignet und für eine Temperatur von 15 bis 95 Grad. Für leicht verschmutzte Kleider reicht ein Streifen pro Waschladung und bei stark verschmutzten Kleidern zwei Streifen. Ich wäre froh, wenn du mich abonnierst, damit ich meine Weiterbildung und Rechnungen bezahlen kann. Ich wäre froh, wenn du mich abonnierst, wenn du mich abonnierst, und ich wäre froh, wenn du mich abonnierst, wenn du mich abonnierst, und ich wäre froh, wenn du mich abonnierst, wenn du mich abonnierst, und ich wäre froh, wenn du mich abonnierst, wenn du mich abonnierst, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020